Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Film über Photoshop. Ich habe hier die Version CS4. Schon seit geraumer Zeit kann man aus Farbbildern Graustufenbildern machen, auf eine sehr bequeme Art und Weise. Ich habe gerade zu meinem Entsetzen gesehen, dass auf meiner Internetseite noch ein uraltes Tutorial zu sehen ist. Das wird jetzt gelöscht, es ist nun wirklich etwas einfacher geworden. Wir haben hier ein Farbbild, es gibt sehr viele verschiedene Farben, Gelb, Rot, Blau, Grün, alles Mögliche, sodass man auch sehr gut sehen kann, wie die Graustufenwandlung funktioniert. Zunächst einmal ein sehr professioneller Weg in eine Graustufendatei umzuwandeln, ist hier ein Graustufenprofil zuzuweisen. Das geht unter Edit oder Bearbeiten, Konvertiere in ein Profil. Dort wäre die Möglichkeit, einen Graustufenfarbraum zu wählen. Wenn man schon weiß, wie das funktioniert, ist es in Ordnung. Wir machen es jetzt aber erstmal anders. Wir wollen einfach sehen, welche Möglichkeiten es bei der Graustufenumwandlung gibt. Dazu verwenden wir eine Einstellungsebene. Ganz unten in der Ebenenpalette. Und zwar black and white, schwarz-weiß. Und schon erscheint eine Vorschau. Wir sehen hier oben in den Adjustments, also in den Einstellungen, zunächst einmal die Voreinstellung. Das heißt, Photoshop wandelt die Farbdatei auf eine voreingestellte Weise in Graustufen um. Die Krux beim Graustufenumwandeln ist ja bekanntlich, dass unterschiedliche Farben gleicher Helligkeit unter Umständen den gleichen Grauton bekommen können. Das heißt, das Graustufenbild undifferenzierter ist deutlich undifferenzierter als das Farbbild. Mehr als nötig. Ich probiere jetzt einfach mal hier bei den Einstellungen verschiedene Sets aus. Es gibt zum Beispiel den Blaufilter. Erwartungsgemäß wird dann alles, was blau ist, wie zum Beispiel dieser Bereich hier, sehr hell. Und alles, was mehr oder weniger auf dem entgegensetzten Teil des Farbkreises liegt, wird entsprechend dunkler. Noch mal ganz kurz zur Erinnerung, wenn ich das abschalte. Hier war es blau, wie Sie sehen. Hier ist es rot. Schauen Sie mal, was jetzt mit dem Rot passiert. Das Rot ist kaum noch zu sehen. Es ist fast schwarz. Dann verwende ich als zweite Möglichkeit den Grünfilter. Da sieht es vollkommen anders aus. Beim Grünfilter ist das Rot immer noch dunkel, aber nicht sehr dunkel. Der Grünfilter ist meistens, jedenfalls nach meiner leidenhaften Beobachtung, ein ganz guter Standard für die Graustufenumwandlung. Er ist nicht ganz so extrem wie der Blaufilter. Jetzt ein weiterer Test der Rotfilter. Der macht natürlich das Gegenteil vom Blaufilter. Blau wird schwarz, fast schwarz und rot wird fast weiß. Also alles, was rein rot ist, wird dann wirklich weiß. Ist also in diesem Fall kaum zu gebrauchen. Hier, wo Sie sehen, dass das Blau fast schwarz wird, Sie erinnern sich vielleicht, oder haben mal gehört in der analogen Zeit, dass man bei der Schwarz-Weiß-Fotografie auch blauer Himmel gerne mit Rotfiltern vor der Kamera oder Gelbfiltern fotografiert hat. Einfach damit der Himmel dramatischer wird. Das Himmelblau wurde dann sehr dunkel, die Wolken blieben schön weiß, also sehr dramatisch. Wir können jetzt nochmal den Gelbfilter ausprobieren, der vermutlich eine etwas abgeschwächte Fassung dieses Rotfilters darstellt, wie es hier auch zu sehen ist. Also ich nehme nochmal den Grünfilter. Ich zoome da nochmal kurz ran. Da ist er, weil das so ein schönes Bild war. Man könnte das jetzt zusammenfassen auf eine Ebene, Flatten Image, dann wäre es tatsächlich ein Graustufenbild, zumindest sähe es aus wie eins. Man könnte es dann noch nachträglich in ein echtes Graustufenbild umwandeln mit dem soeben genannten Befehl aus dem Bearbeiten-Menü. Soviel zur aktuellen Möglichkeit, ein Farbbild in ein Graustufenbild umzuwandeln. Vielen Dank, Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Tschüss.